von DESTITY 2 DESTITY 2 WUH Das war mit Dinkas und Kevin Hallo Voll motiviert zu hallo So Springflut Neupazifik Archeologie Attacke Du musst die Musik einfach so bitte auf einmal also alter Hohoho Ne ist nicht bei mir bei mir ist die Geschichte so So voll debris Ja bei mir auch Ich glaube ja das ist Die Menschen sind gefunden Da gibt ein fucking Problem Jawohl Jetzt gehts ab Was seid ihr Ich lade noch Ich hab grad mal die Szene dass die Flieger da unten gehen Hallo Das ist natürlich schon fertig WUH HÜH 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 Sorry Sorry War unabsichtlich alles Wollt ihr nicht ins Gesicht schießen Ich bleib mir hier stehen Ich bleib mir hier stehen ne Angst Potter Räumen weiter Haben wir die Falle noch mehr gefüllt Haben wir die Falle noch mehr gefüllt Nein Diese Geier sind uns seit der Evakuierung auf den Fersen Touchdown Oh Gott das ist zu viel Oh Gott das ist zu viel Oh Level ab Nett Ja Okay Das ist ein schwarzes Platz Oh Oh Ich wollte schon grad sagen wo ist Niklas Ne Niklas ist sofort hier Habe ich auch gesehen gerade Wir müssen gleich hier lang glaube ich Tschüss Niklas Oh nein wir sind nicht Ciao Oh mein Gott Niklas Wir sind nächster gestorben Ja Weißt du Mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken Hallo Chris ich glaube wir müssen kurz auf Niklas warten Ne passt schon Herrlich Oh Ja das ist da Macht's euch WUHU Wieder Einstieg eingeschränkt Wir machen die andere Fähigkeit Der C Der C Der V und Q Der V und Q und Naka bis C Die Fähigkeit dafür Die Fähigkeit dafür Oh hei Ja Oh Gott Wir können die Wellen Energiekonvertierer sehen Klasse leg den Schalter um und aktiviere sie Umsträhnen Einige der Kolben bewegen sich aber wir sitzen immer noch im Dunkeln Ja Ja mein Kolben klemmt auch Oh mein Gott ey Spürt ihr das? Das ist nach? Oh mein Gott das ist nach? Oh mein Gott das ist nach? Oh Ich löse alles aus Ja natürlich Wir sind jede Mine Ich hab gar nichts ausgelöst Du bist grad mit jeder Mine die da lag gerannt Ich bin in eine Einstücke bin ich nicht reingelaufen Ich kann mir grad nehmen Ich kann mir grad nehmen Die du da die hast du gerade Die eine Welche? Die vor Wo wir jetzt haben gelaufen Okay Jungs Pass auf wir müssen die Einzelne durch Bitte nicht erschießen Wow Wow Man ich muss noch hierher herkommen Da wollte man einmal was cooles machen Okay und dieser Vollspasti Kann man wieder gar nichts Ey Ich dachte du verreikst dein Schwänz in deinem Mund Oh Gott Oh Oh Keine Ahnung Entschuldig Nicht da ein Oh Gott Ohah Einer Oh, wir haben auf der Pulse ganz viel Spaß. Oh nein, Puls! Oh nein, Puls! Okay. Ich habe vergessen, wie man die ultimative Attacke macht. FF. Ja, ich weiß jetzt mittlerweile auch. Achtung, Akolyten! Oh, die Akolyten habe ich vorher weggeballert. Oh Gott, du bist auch laut. Ah, Kevin rettet uns halt nicht. Ja. Er musste erst die Leute da zu bringen. Der H2, oh nein! Hast du das gefühlt? Niklas, bei deiner Schwestern wieder im Hintergrund, warum die so geschrien hat. Ja. Und deine Hunde. Oh! Und deine Mom, sie hat sich gerade im Spiel gerichtet. usedlatort. Oh ja, es hat sich gerade im服チual. Mike N 好zerrigen! Fang du doch. Nein, ich wollte nicht unterkommen. Wir sind bei den Konvertiererplattformen. Okay, überprüft, was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Und schafft es Kevin? Oh, jawoll. Ich bin schon hier oben. Ich hoffe, hier oben ist es richtig. Ja, da bin ich auf der oben Tisch. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Schar hat den Kolben verschleimt. Dann schaffen wir Abhilfe. Der erste Kolben läuft. Wir haben ihn sauber geschrubbt. Das ist echt toll und so. Aber hier ist es immer noch dunkel. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Nein, was will ich denn? Ich will das gar nicht. So. Aua! Oh! 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 Verdammt! Ich hab' nicht in die Falschicht gelaufen! Hoopst! Oh! Oh! Oh Mann, ey, Mannой. Ich komme... Können wir näher über die Rohre laufen? Nein! Haha! Ich hab mich doch gefällt! Hey atenção, wir sehen uns mal weiter aus. Oster sen. Oh, da kommt ein Dicker! Level ab! Hallo! Ist der jemand? Der letzte Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen da durch. So. Christoph war es runtergefallen. Oh, guck mal, da ist ne Hexe. Was will die alte Hexe? Noch ne Hexe. Aber es tut so weh. Ich bin da voll reingelaufen. Schalter um. Wie ich gesagt habe. Oh. Es ist Schalter um. Vor allen Dingen, der Schalter ist immer noch auf off. Wir müssen jetzt da runter. Nein. Ich glaube das war es. Probier es mal. Ja. Der Strom läuft. Boah. Das sieht so geil aus. Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Handübertragungen kümmern. Oh ja. Hermes, kommt hier? Das wars. Okay, warte! Ich komm hier! Ich fang dich! Komm hier! Oh! Oh! Oh Gott! Andere Aktivitäten können derzeit nicht bezahlt werden. Lädt es jetzt? Lade Screen! Oh! Geil ey! Flugmodus ohne Sound. Flugzeug. Ist auch ne Raumschiff. Ja? Wir fliehen mit dabei in R. Da hat jeder sein persönliches Flugzeug. Oh! Oh! Was los? Ich bin grad fast runtergefahren. Ich bin noch nicht mal gespawnt. Ich lasch da mit der alten hier. Oh! Ich hol grad meine Belohnung ab. Jäger, berichte! Mechaniker, Trickärmel! Boah! Geil ey! Nein! Wer kannst du für's 1 auswählen? Oh! Scheiße! Oh! Entspann dich! Entspann dich! Entspann dich! Ich hab grad bei mir gesagt, entspann dich! Oh! 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 Du hast auch den Sound am Schirm, Kevin! Was wir auch wissen ja, ey ok! Ja 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 ja! Vor allen Dingen bei dein Gewehr automatisch lädt! Ja deswegen hab ich den auch genommen! Solarkills, Powerwaffenkills und superkills! Außerdem sieht es richtig geil aus wenn du die Waffe in der Hand hast Kevin, so ne richtige, krasse Waffe, wo du den Arm leuchtet vollmäßig Ich muss erstmal hier erstmal ausrüsten, bei mir lädt es grad so ein bisschen langer So wie jedes Spiel? Ich habe Anweisung, legen wir los Minuteman Handfeuerwehr, äh Minuteman nicht Minuteman, Alter Weg mit der Fusionsklarer Nein, nein, ich war ein Fallout Beinschutz Brustschutz Arbschutz So Jetzt muss ich hier noch leveln Wann sie bitte das lassen? Ah hier ist der Effekt Upgrade Boah, sieht mega geil aus Boah, sieht mega geil aus LoL Was hast du wieder? Entspann dich, entspann dich, entspann dich Entspann dich Güter Ja, wir haben die Kampagne, da haben wir Schlacht, äh schlechte Nachbarschaft und Dieb der Diebe Hier, wir werden ja näher Diebe Diebe Und das ist nicht die Event Und das ist nicht die Event Oder das ist nicht die Event Mann Kevin ey, das will doch keine Sau machen Ich folge euch einfach Ich folge euch einfach Ich weiß nicht mal, wo gerade der Christian umlatscht Er hinter dir Da unten Ich geh krass Dieb der Diebe Komm nicht hoch Ich hab'n Laufen Sie haben uns erwischt Da gingen Werkzeuge und Ausrüstung drauf Oh je Eine Hexe Das ist was größes Ich hab'ne Schrotflinder, aber keine Munni Ey, komm her Ähm Hallo Ah, geht doch Was macht die denn da? Ich hab'n sich ja mal mit dem Event beteiligt Ah Abgefallen ey Oh je Oh Gott Oh Wo bin ich denn hier gelandet? Auf die Füße schießen Die Füße sind nicht immun Oh, der Der hat mich weggeräuscht Oh, Arkanus Energie Oh 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 Motherfucker Oh 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 Da lang, okay. Hallo. Hallo. Aua, aua, aua. Niklas kommst du? Oh Gott. Wieder gefallen. Ja ich komme. Ah Niklas ist tot. Oh Mann. Oh nein. Hallo? Niklas, Chris? Ja ich komme. Ah ne, bei mir hat es gerade geleckt, deswegen und bei mir lädt es das Spiel gerade nicht. Ach du läst dich gerade rum. Ja jetzt, jetzt. Geholt Kevin, geholt Kevin. Ich konnte mich nicht bewegen. Das ist das Versteck. Machen wir das Gebiet für den Teleport klar. Ja man. Angriff. Oh Gott. War das alle? Das war's. Ich richte einen Teleporter ein. Warte. Warte mal. Wo ist meine Barke? Haben die Gefallenen auf deine Teleporter Barke gestohlen? Sloan muss sich um etwas kümmern. Sie flucht gerade wie ein Seemann. Wie passend. Ich würde empfehlen diese Barke zu finden. Okay. Okay. Warte wie weit er weggegangen ist. Rote Diole, wow. Der da! Das muss der Telefonklappe abgeben! Wuuuuh! Nein! Tschüss! Twitter gefallen! Der Aufgang gemacht! Oh! Selbstmord! Schweber! Let's the party start it! Die Lambda haben wir jetzt! Gehen wir zurück zum Versteck für die Übertragung! Ähm, wir kriegen noch Freunde! Zwischen Freunden sind sich alle in Nuff ausgelöscht worden! Ähm... Oh! Da war ein Loch! Da war ein Loch! Oh! Niklas, kommst du hinterher? Ja, warte! Puls, warte mal bevor du das setzt! Ja! Ja! Nein, nein, nein! Wir müssen doch auf Niklas warten! Er ist ziemlich weit hinten! Gute! Ja, kommen sie! Ja, man hat das schon! Oh! 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 Was? noch mehr hat junger hat junger was die gefallenen auch stehlen wir stehlen es zurück ich unterstütze diebstahl zwar nicht aber rache weiß ich zu würdigen sucht nicht mal gut gemacht was soll ich mit dem namen mit dem namen ja das hab ich gerade gemacht jungs kann jemand von euch schwimmen nein geil setzt mich lieber hier in die ecke hey niklas ja hey niklas hörde ich mach grad was hey niklas setzt dich hier in die ecke und schäme dich wieviel power habt ihr mittlerweile äh 85 91 ok du ja 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 Oh, Alkan, hab ich auch gerade gesehen, deswegen, so, da schwebt ja was, das hab ich übersehen, so, da schwebt ja was. Die du 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 Tschüss. What do you mean over Kevin? Huh? No it's good. What do you mean? Let's get caught up. Hello? Let's get caught up. What are you doing? Just follow Chris. Just follow Chris. Please throw him. Ahhhh. Unspartex-sieger. Oh. 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 Hallo? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Brennstoffzellen eine explosive Gegenmaßnahme für die Schar. Ganz schlampige Arbeit. Oh Gott. Ich wollte mich nicht bewegen. Vor allem eine Treibstoffzelle. Ahhhh. Hallo? Hör auf zu laden. Lass mich endlich bewegen. Ahhhh. Hallo? Äh. Wer ist denn das hier? Äh. Du warst hier. Mit seinem Typ. Ich will nichts sagen, aber das Spiel liegt gerade nicht bei mir. Wir haben ihre Brennstoffe. Einen. Auf Zellen. Die jagen erstmal nichts in die Luft. Einen. Oh no. Kleinen was bei dir durch ist. Explosive Leitung. Zündhütchen. Gut. Ich schicke die Schar-Koordinaten. Tschüss. Genau. Koordinaten. Schar. Wenn wir das optimieren. Bitte? Ne. Na wir sind hier leider schon auf Staffeln. Super. Komm mal. Geht noch. Disrupten wir die Schar. Ich kann mich halt überhaupt nicht bewegen. Das Spiel lädt einfach nicht bei mir. Oh. Boah. Was ist denn das jetzt wieder für ein Müll? Da hat was grünes. Mein Inventar liegt normal. Meine Fähigkeiten sind auch geladen. Die. Die. Quest ist auch geladen. Aber. Es passiert nichts. Ja. Lasst dann weiter das Spiel durchspielen. Komm. Ach. Fickt euch doch beide. Ehrlich. Lass doch neu Kevin. Oh no. Geil. Die Fähigkeiten kommen wieder rein. Wenn das nicht hilft. Kann ich zurück in den Orbit gehen. Einfach. Ich fahrs mal hier auf dich. Und sag mal über Erfahrungspunkte übrigens bei diesen Gegnern hier. Ich kann euch auch nicht mal eine neue Reaktion stellen. Wie werden einem die Erfahrungspunkte angezeigt? Die. Na. Die. Ja. ach da sind warum hat man das jetzt überhaupt nicht klar ist doch so scheiße einfach nur so jetzt wieder einsatz trop beitreten wahrscheinlich wirst du bei christian spawnen muss ich auch mal jetzt hinlaufen dann ich habe gesagt ich glaube ich sehe die ursache warum es nicht lädt richtig draußen braut sich ein gewitter zusammen man kennt ja lte bei gewitter ich kenne lte nicht ich bin da oben gespawnt beim letzten checken konnte ich muss erst mal hinterher rennen jetzt mal wieder zu sehen danke sehr ne tschüss alter ich hab voll die geile knarre komm runter guck ich zeig sie dir guckst du dir an ich hab dich auch schon gehabt ich hab dich auch schon gehabt ich hab dich auch schon gehabt Kevin du hattest dir noch gar nichts oh fuck tschüss freunde war schön mit euch oh mal da war das vorsicht thank you du hast ein ganz viel gegner von uns wow da ist ein ritter der nicht um der klappt alter das läuft einfach weiter da kommt ein ritter auf hinter mir war ein ritter und da du bist genau die vermeiden auch danke hui wo will der denn hin hier zu seinen Freund ich hab die knarre rekital bekommen was ist das krass ich hab die knarre rekital bekommen ich hab die knarre rekital bekommen der ball hat da die ganze Zeit was rein als wir sind in den anderen saugen gegangen ey ich hoffe es geht einfach da rüber wo soll ich den Pfeil folgen durch nein irgendjemand oh ich hab's geschafft oben da muss eine turmspitze sein die zentrale plattform oben da muss eine turmspitze sein ja zufall ETIG reg reg oh見 travailler mutter fuckers ich habe das Beben bis hierher gespürt Stabilisieren, nicht versenken. Wir haben versenkt. Dann hör mal. Hexe! Du hund? Das steht mit Wurren. Wir haben aber die gleichen Schwierigkeiten wie die Hexe. Noch einer! Wo? Wir haben Freunde! Kevin, wir sind nicht blind. Halt die Fresse hier. Der Volk! Wuuuh! Motherfucker! Wuuuh! 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 Da kannst du so morgen auf den Röhren zu landen. Ja oder? Das geht nicht. Das geht nicht, die sind unsichtbar, wenn du draufstehen willst. Nein, die sind nicht unsichtbar. Alles, was ich dir zeigen. Tschüss. Die sind unsichtbar. Oh oh. Okay. Niklas kann den ganzen Weg nochmal laufen. Oh. Wie kommen wir da jetzt nochmal hoch? Wenn du hoch springst. Ja. Sehr fokussiert. Cam. Cam. Cam, was warst du da? Ich versuche da raus zu springen, aber das will ich grad nicht so wie ich will. Das geht nicht. Oh, wir haben... Hallo. Typ. Nach oben, nicht nach unten. Ja, ja. Vergesst zu untersuchen. Wo? Wenn du drauf zukommst, ziehst du. Oh, lol. Das ist ja sehr unauffällig. Ja, weil wenn du anders reinkommst oder sehn. Lustig. Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Scham schlagen. Ja. Wir haben zu lange gebraucht. Okay, dann gehen wir nochmal mit so einer netten Dame. Zu... Sloan. Ja. Zulaufen. Zulaufen. Immer schön lange laufen. Ich schaffe diesen Sprung. Nee. Hüter gefallen. Ciao, Niklas. Ich schaffe den Sprung. Du hast ihn geschafft im Wasser. Kriegt ihr eigentlich auch Erfahrungspunkte, wenn ich die kill? Nein. Du bist zu weit weg, deswegen. Der hat dann... Ich auch. Nee, wir müssen da schon näher dran sein, damit man Erfahrungspunkte aufgekriegt. Aber du kriegst nicht wirklich viel, was Christian. Du kriegst mehr, wenn du sie selber tötest. Ja. Was seid ihr, Jungs? Ich bin grad am Laden. Hallo. Ist wieder fürs Ding geblieben? Naja, ich bleib da immer still. Ich muss ja laden dann erst. Ciao, Köln. Ja, ich schlafe mal. Schön. Du hast da immer stoppen bei mir. Ich frag mich aber echt, warum der die ganze Zeit laden muss. Ich bin da. Ich bin ja eigentlich da. Mann, Niklas, du hast ja aber ganz schön Zeit gelassen. Ja, ich hatte noch ein paar Gene vor mir. Ich kann mit der Ollen nicht reden. Bist du bereit loszuziehen? Wer ich mich... Ah, nicht. Mensch, Kevin lässt sich aber ganz schön viel Zeit. Ein paar Alcana... So, mal sehen. Kann ich noch irgendwas hier... Amanda, die letzte Lieferung ist baut wörtlich ins Wasser gefallen. So, machen wir jetzt die Haupt... Ah? Oh. Ah, guck mal. Das bin ich hier fertig. Facts, War-Kills, Power-Waffen-Kills. Ich hab doch drei Power-Waffen-Kills gemacht. Sie ist los. Ja. Perfekt. Nächstes Mal, wenn ich hier wieder heimbar bin, auf dem getroffenen Planeten. Was macht jeder hinten jetzt? Oh, da ist noch ein Alcana. Ja, hab ich auch schon. Gleich mal mitnehmen. So, jetzt werde ich gleich wieder stehen bleiben. Na, wir können dann schon die aufkürzen. Ah, ok. Die, die, die. Was macht Euch das? Ja, ich glaube, wer ist da. Ich bin ein Alcana. Ja, ich bin ein Alcana. Das ist einfach nicht so doll. Ich bin ein Alcana. Okay. Panns. Es gibt mir jetzt schon mal auf die Spitze, die auf die Spitze. Geil. Wollen wir mal ein Rindchen rumspringen hier. Holiday konnte eine ungewöhnliche Menge an Elektrizität feststellen, die in die Arkeologie geleitet wird. Jep, so viel Strom kann nur eins bedeuten. Ein Prozessor-Netzwerk, und zwar starke Prozessoren. Vielleicht stark genug, um dieses Kabalsignal zu entschlüsseln. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen, und zwar möglichst unbemerkt. Die Einnahme des Netzwerks könnte das Blatt im Krieg gegen die Rodine und unseren Gunsten werden. Er ist möglichst unbemerkt, dann ein bisschen zu spät. Und Laden. Ah, jetzt. Scheint ganz so, als wollten die Gefallenen durch diese Platten brechen. Okay, das sieht geil aus. Ja, das ist der Sch*** dran. Hört sich so an, als wäre das Betriebssystem der Arkeologie wieder online. Ich wusste es. Du musst dein Betriebssystem Zugangsterminal finden. Das sieht so geil aus, Alter. Ja. Ja. Ok, es rennt einfach durch. Ja, du machst die Aufgabe. Ich weiß schon, dass hier noch ein paar Sachen zu untersuchen gibt, oder? Ja, aber da kann ich auch später machen, du Fotze. Ich hab' mich nicht. Weiß ein Zauch-Roboter. Oh, ich hab' dich kaputt gemacht. Oh man, sieht das geil aus. Oh man, sieht das geil aus. Friedlicher. Das Prozessor-Netzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Amanda, ist es das, wonach wir suchen? Bingo! Das ist es! Okay, ich habe den Standort. Lass uns einen Weg nach unten finden. Wieder einstieg eingeschränkt. Wir haben Freunde. Fadia. Ich bin ganz fröhlich schon hier mit dunklen Freunden. Ich bleibe hier oben! Wo ist denn da gerade nichts passiert? Ich habe selber oben gepasst. Deine Exe hinten in der Wind. Fack. Boah. Wo? Nächste? Ich habe da eigentlich gegeben. Scheint ganz so, als hätte die Schar eine Abkürzung für uns gegraben. Schade, man kann nichts mehr machen. Weiß ich nichts. Oh, jetzt nicht. Wir sind jetzt definitiv in Schar-Territorium. Jetzt ist es so nice aus, ohne Scheiß. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Die haben wir, glaube ich, schon. Da kommen noch mehr. Okay, wir sind wieder auf. Okay, wir sind wieder auf. Äh, was ist das denn? Motherfuckers! Oh, oh. Alles richtig? Ja. Schaut sie aus. Aua. Okay. Oh, oh. Kommen Sie bitte runter hier. Ich fang dich auf, Niklas. Oh, da geht's auch weiter runter. Oh, hier geht's ja noch weiter runter. Oh, hier geht's ja noch weiter runter. Aua. Aua. Loll. Tschüss Niklas. Ich bin bei der Tür abgeknallt. Ich bin bei der Tür abgeknallt. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Okay. Das hat jetzt irgendwas Gruseliges. So ein bisschen. Das hier ist gruselig. Oh. 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 Oh, naja. Ich schnaff doch... Ahh. So Niklas kommt grad nicht hinterher. Ich spinne die Kugel! Lauf! Ausstein Kevin. Hox! Ich hole für uns den homerun! Er hat den Hatchdown! Beschämst dich! Denken einfach jeden um der Formsicht! zur oberfläche ist fahrzeuge muss ich drücken tut tut wir haben leider keine bewaffnung können wir alles glatt fahren egal plattweil es mir tut tut diese straße führt zur mitte der arkeologie wir brauchen einen ausweg so weit wir dort sind da war ein bisschen gas da vorne ich hab da ein paar viecher vor meiner nase gerade gehabt fliegt schnell fliegt sicher ja aufgeregt das hier ist kein rennen das rennen gehört mir ja ich gewinn das ja nicht die ganzen viecher werden die einen ablocken ich gewinne es ich gewinne es ich gewinne es rein geben gas oh wie geil das aussieht gute arbeit ihr beide mega aus dann wollen wir diesen prozessor mal übernehmen und die übertragen schlauer in einer Reihe um schon ding-dingding er ist auch zweiter schnauze jetzt Musik Man nennt sie die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers, Dominus Gorr. Gorr hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Nichts und niemand überlebt Gorr's Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Krieg verloren. Wir haben es durchgespielt. Das war's. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zawala, warte. Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Ich brauche meinen Einsatztrupp. Alter, das hat mir den Mund gemacht. Ein Besuch beim Kommandant. Neuweit und Mission verfügbar. Nessos ist ein unerforschter und unkarikatierter Eisbrocken. In den Fernen des Solarsystems. Gut, dass es Solar ist. Eigentlich sollte hier nichts sein. Benutzt den Navigator, um Nessos zu reisen und Kate 6 zu finden. Aber vorher haben wir hier, glaube ich, neue Abenteuer. Wer ist jetzt die Schnauze? Wir haben hier zwei neue Abenteuer. Weißt du, ich habe auf jedem Schlachtfeld im System gekämpft. Mars, Venus, das Schalgrabschiff. Egal wo. Ich war da. Ich habe noch nie eine Front gehalten, die so sehr dazu bestimmt war, in den Ozean zu fallen. Wir haben eine gefallenen Crew bis zum Anteil des Anteilzentrum verfolgt. Sollten Sie den falschen Knopf erwischen, stehen wir morgen knietief im Wasser. Erinner Sie daran, wem dieses Rick gehört. Wegtreten. Okay. So, aber wir sind jetzt bei einer Stunde. Ja, wir sind jetzt am Ende. Ja, wir machen jetzt Pause. Okay, dann finden wir fürs Zuschauen, haut rein, bis nächstes Mal auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.